Hier sind wir wohl richtig. Hey, das kommt mir besonders vor. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Hm. Passiert überhaupt nichts. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Vielleicht können wir mit den Spiegel nicht umlenken. Ich habe es geschafft. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Wir müssen linken an Ihrem Platz. Eine geschafft, noch zwei. Was meinst du? Müssen wir da etwa raufklettern? Sieht so aus, als müsste ich da raufklettern. Von da oben sehen wir vielleicht mehr. Okay, passt da oben gut auf. Geschafft. Von unten sah es nach einer guten Idee aus. Ja 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 ja. Es sind mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten! Verstanden? Gut gemacht! Okay, was jetzt? Warte! Okay, wir machen Sachen näher. Das war's! Ja, noch einen wir schaffen. Sieht aus, als hätte die Klinge einen Weg geöffnet. Links von dir! Hab's! Okay. Nur noch eine Klinge! Ah, nicht noch unsinnig. Sieh nicht nach unten, sieh nicht nach unten. Vorsicht! Wie krieg ich dieses Auge auf? Die Klinge! Ah! Wir müssten den anderen Reflektor ausrichten! Alles klar! Gut, wir haben's! Geschafft! Ich komme runter! Also, das Geheimnis von Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Unglaublich! Ach! Chloe, ich weiß, wo das ist! Ja, genau hier! Siehst du die Formen dieses Gipfels? Aha! Er ist hier! Das heißt... Warte, komm mal her! Das heißt... ... 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